der herrsch macht stress glaube ich gleich oder das ist eine kuh die macht nichts müssen wir noch nur noch stück auch nicht so weit aber man kann ja mal schon wieder lager aufschlagen ich müsste mal auch sowas bauen nicht dass ich woanders bauen muss vor allen dingen es kostet nicht die welt sandsturm aber schnell das lager kann sein kann man sich irgendwo verstecken hat die höhle war blockiert von seinem armseligen oben in der stein oder so das weiß ich nicht aber und stoppt den maten rein hier sandsturm einfach krass oder es zieht sich zu jetzt jetzt sind schaden aber scheiße aber ordentlich lasst uns rennen wohin keine ahnung die maten bringt es nicht mehr glaube ich jetzt kommt noch ein scheiß korrektier das fehlt mir noch im sammeln alter wohin wir sind verloren ich bin gleich tot ich bin mal schnell auf gar kurz ich gehe noch mal schnell eine rauchen ich will nicht sterben ach da wird das rauchen gehen das ist ein schluss vorbei cool bei mir nicht aber er macht kein damage bei mir glück da hocke ich mich mal zu her ey wieso kann ich den gardauer nicht blühen müssen wir los keine ahnung nein mach dich fort ich habe noch nicht mal eine waffe aber es hat mir nichts getan und hat mich bloß angeguckt wo ist mein schild da jetzt alter was war denn das wo kam das andere so schlagartig her was für ein dreck schnell hin schnell plündern schnell hin schnell plündern dummes viel ja muss gar kein stein mehr auf anderen oh wer war das denn schon wieder achso Martin er steht hier in aller seelen Ruhe hier treibt das Viehzeug sein Unwesen nicht doch das ist doch schön plündern eff alles so jetzt warte schnell ausrüsten nichts einer der seinen Frieden gefunden hat ja ach du dreckvieh hast mich vorne umgebracht den jetzt kriege ich nicht jetzt ich bin ich bin ich bin aber du hast keine Ahnung Essen, essen, ficken. Brauchst du noch was zu essen? Ne, ich hab nichts. Warte, da ist noch ein Krokodil. Und noch so ein anderer Lappen rennt hinter dir her. Na, ausweichen, Junge. Ich drücke hier ausweichen. Deine Basisworte gefunden. Ey, ey, was ist das? Martin, was ist das? Eine Vieh. Da kommt dann irgendwann solche Viecher. Ey, der macht mich lang. Der hat mich lang gemacht. Halt durch mal einer. Lauf, 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 lauf weg da. Lauf weg da, da kann ich mein Zeug looten. Schnell ein paar Fliegen sammeln. Triceratops, eh, komisch. Irgendwas eigenartiges. Ja. Du musst den Stream gucken. Warte. Ich hör sie kämpfen. Warte Martin, halt durch. Ich beeile mich. Nein, meine Ausdauer. Nein, nein. Ich beeile mich. Was binkeln? Wo bist du? Ah, da oben. Da oben. Okay, warte ich. Jetzt komm ich. Sieht aus wie so ein Steinvieh. Ja. Ach, so ein Steinmonster? Ja. Aber Martin, lass auf, dass wir uns nicht gegenseitig abschlagen. Oh. Alter. So ein Steinmonster, ja. Da müsst ihr ein bisschen aufboschen. Und ein bisschen. Martin, bist du tot? Liegst du hier? Hier liegt ein Bein. Der hat ja ein Bein abgebissen. Alle beide. Au. Alter, du kannst nicht mal laufen. Sag mal, wie fühlt sich das so an? Hundebeine? Warte, ich brauche meine... Ich brauche meine Fliegen, Alter. Ach so. Und meine Käfer. Wo ist meine Wasserflasche? Ach, da. So. Bin schon wieder fertig. Noch kurz die Käfer einsetzen hierin. Ich hab' ich... Krokodile, meiner. Du, das linke, ich das rechte. Und da ist ein schwarzes, oder? Ein schwarzes Krokodil? Ist viel. Ey! Wie das denn? Alter, der hat... Oh, Alter. Der hat nur noch 10% Leben gehabt. Das dumme Schwein. Bist du gerade an dein Mikrofon gekommen? Ich nö. Hat's schon gehört. Ich hab bloß hier schrien hier, Vieh. Das geht knapp, dein Mikrofon. Ach so. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hör ab da. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich regle, ich regle. Gut. Besser? Ja. Ja, naja. Jetzt besser. Mach mal... Also, wenn du redest, bist du jetzt noch so leiser. Das ist ein gar gescheiß Ding. Warte, ich mach's mal drüber, das ist vielleicht noch besser. So. Ja. Jetzt besser? Ja, jetzt ist richtig. Na ja, na ja. Ist gut. Ja, ist gut. Hotcore durch die Nase ausgeatmet. Okay. Deswegen war das jetzt so. Hotcore durch die Nase. So. Komm doch, komm doch. Klopst du dich noch rum mit dem Vieh? Ja, eins hab ich noch. Äh, sinds... Warte mal. Fünf. Äh, sinds wieder zwei. Alter Scheiße. Geh weg du. Ich hab doch einen Bogen, ey. Ich bin noch Katas gestorben. Erfolgsmangel, Leute. Was? Insekten? Haben dein Nest aubert. Ach, da hinten. Ah, da. Es sind zwei. Warte, ich komm mal. Geil hier, wer mit Bogen und aus der Kerne arbeitet. Geil. Lauf. 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 Oh, jetzt hab ich's behindert. Haha. Ey, ach, der hat vorhin noch so einen Schnappangriff gemacht, Alter. Da hat er mich... Wollen hiff. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Oh, da hat er Pfeil im Kopf. Herrlich. Ja. Boah. Wie blöd ist denn der? Oh, er will seinen Schnappangriff vorbereiten. Schön. Der bereitet nicht mehr vor. Der bereitet nicht mehr vor. Krieg ich meine Pfeile? Wird drauf an den Vieh? Nee. Weiß ich nicht. Schade. Warte mal, ich hack den mal clean. Ähm. Gib mir meine... im Keller wachst. Oh, nee. Den kriegst du nicht mehr. Ach, doch jetzt. Hast du? Nee. Oh, ich hab Knochen. Kann neuer machen. Okay. Hier mal schnell zum Wasser trinken, einen Schluck. Oh, dieses hier Trommel, wenn du im Inventar euch mal anklickst. Ja. Könnt ihr mal Holz mitbringen? Ja. Boah, das dauert nur noch ein bisschen wahrscheinlich. Ich bin voll, also ich hab nur 106. Ich kann kein Holz mehr tragen. Ja. Hauptsache ein bisschen so, irgendwie 50 oder so. Naja, 50 ist der Hälfte von dem, was ich mit hab. Ich wär nicht, wenn du es mir geben würdest. Dann müssen wir sehen. Ich hab Holzmangel im Moment. Ey, Martin, wieso bauen wir nicht einfach hier? Ja, weil ihr Krokodile backen? Ja. Ist doch egal. Ich mach mal immer weg, wenn wir rausgehen. Aber die spawnen dann nicht mehr da, wenn ihr da baut. Achso. Ach komm, lass uns hier bauen, oder? Wir haben Wasser, Steine, Holz, alles da. Mhm. Mhm. Weil bei Erik ist ja nicht scheiße. Da hast du... ...braum Holz. Ja, aber dafür hast du halt mega viel Metall. Ja, das können wir uns holen. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... ...hunde gerade... ...mit... ...einen Stein... ...abgebaut. Naja, aber ich hab ja... ...hunde weg. Okay. Okay. Dann lass uns erstmal die... ...klar Schiff machen, die Steine weg und die Fische weg. Ja, klar. Ah, ich hab ja noch drei Boute zu verteilen hier. Ich bin überlastet. Ja. Mal gucken. Hab ich... ...bauen hab ich glaub ich schon gelernt, oder? Komm dann zu euch und hol das ab, ne? Das Holz. Jo. Gut. Und ich fahr'n bei euch... ...hast du... ...wollst du... ...wollst du... ...wollst du dir jetzt nicht? Ah, okay. Na gut, dann baue ich mal Fundamente. Achso, ich müsste erst mal ne Kiste bauen, Martin. Ich baue mal ne Kiste dann. Hm. Hm. Boom, tun wir das Zeug rein, oder was? Hm. Da können wir erstmal alles rein tun. Steine... ...Holz... ...Metall... ...Warte, ich kann dir deine eigene Kiste bauen. ... ...Nee. Martin! Ja? Kannst du schon Kisten bauen? Äh, ich könnte jetzt Kistenbauer-Lehrling werden, ja. Ja, dann lerne mal ne Kiste. Dann kannst du nicht... ...hambatt jeder seine Kiste. Ja. Ähm... ...Kistenmacher lernen. Höher verringen... ...Leib-Eignentfänger. Ah, ah, so kannst du es hochladen. Ah, okay. Jetzt habe ich das mal kapiert. Aber hier jetzt nicht. Schwachsinn. Gab's nicht noch irgendwie Geländausgleich? Hm. Nee, hier ist Scheiße, zu bauen. Das ist noch nichts. Komm, wir bauen hier. Nee, das ist richtig kacke, hier zu bauen. Ich hab dir hier noch einen Stein, hier kannst du deine Kiste draufzimmern. Jo. Dann brauchst du immer ein Fundament, oder was? Nö, glaub ich nicht, aber es sieht schöner aus. Jetzt habe ich ein Fundament, was ich mir in den Popo stecken kann. Das wird schmerzhaft, sag ich dir. Jetzt habe ich es da hingezimmert. Was soll ich damit? So, jetzt muss ich Wände bauen. Alles immer so aggressiv hier in dem Spiel. Weil es mich nervt, Alter. Du baust und baust. Nee, nicht du. Die Viecher hier aus sind aggressiv. So, ich brauch mehr Steine. Hol mal welche. Mhm. Liegen da hier noch. Schade, vorhin fünf Zuschauer jetzt. Alle wieder weg. Mhm. Bestimmt, weil ich geschirr. Ich weiß nicht, du hast es verblieben. Das wird sein. Und du hast Mundlubs gehabt. Das nicht. Wänder. Ja. Oder Matze, baust du noch ein bisschen? Ich gehe mal kurz mit meinem Hund. Mhm. Eine Runde. Auf der Schnelle. Wo bist du? Ich stehe ja, ich sammle noch ein paar Steine ein, oder? Normalerweise, wenn es das hier irgendwie... Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Was ist das? Eine einfache Holztür. Nachher. Das ist ja. Oh nein. Wie bitte. Jetzt fehlt mir Holz. Okay, das haben wir gleich. Oh, er hat das Vieh gar nicht abgeahndet. Okay, das war's. Okay, das war's. Ich bin die Großen, brauche ich noch nicht mal einen aufgeladenen Schoß. Okay, das war's. 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 Okay. Okay, das war's. 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 Okay, das war's.